Übungen für euer Torwarttraining Part 3 Für diese Übung braucht ihr drei Hütchen, die ihr schräg versetzt von der Linie auf der einen Seite des Tores aufstellt. Zwischen den Hütchen sollten ca. 30-40 cm platt sein und der Schütze sollte ca. 5-6 m vor dem Tor stehen. Auf das Kommando macht ihr Sidesteps zu dem Hütchen, stupst den Ball runter, bekommt einen flachen Ball aufs Eck. Dies ist eine Übung für eure Torhüterbasics und zum Warmmachen. Das heißt, nicht allzu hohes Tempo machen und eher auf die Technik achten. Folgt mir, wenn ihr mehr davon sehen wollt.